Affe-Relden gar nicht. Dreck und Schlamm haben dem Land Charakter gegeben. Wir sollten gehen. Unser Ziel ist Ascha-Bellana und es ist nicht klug, sie warten zu lassen. Nicht braun genug? Oh, noch mehr. Komm hier. Ich hab ihn nicht erwischt. Die Hüterin sagte nicht, dass ihr Magierin seid. Wir beherrschen alle ein wenig alte Magie. Den Geschichten zufolge besaßen früher alle Elvan diese Gabe. Aber sie ging verloren, wie so vieles andere. Die Hüterin muss erinnern, muss bewahren, so viel wie sie kann. Sie hatte einen zwei Meter großen Stab auf dem Rücken. Was hast du geglaubt, was sie ist? Raufankehre! Was ist mit Dämonen? Können Dämonen von Magiern der Dälisch nicht Besitzer greifen? Es kann vorkommen. Und in dem Fall muss der Clan seine eigene Hüterin jagen und töten. Sorry. Was ist mit dem Plan? Weiß die Kirche von den Magiern der Dälisch? Ja, natürlich. Hüterin Merythary hat mir erzählt, dass das einer der Gründe ist, warum wir nie länger an einem Ort lagern. Und deswegen... Wenn wir uns von den Städten fernhalten und immer weiterziehen, verfolgen sie uns nicht. Und es macht niemandem etwas aus, ständig weiterzuziehen, nur um einige von euch zu schützen. Warum sollte es? Sobald ein Jagdgebiet leer ist, gibt es keinen Grund mehr zu bleiben. Aber jetzt schwebt mein Clan in größerer Gefahr, weil wir unsere Haller verloren haben. Oh, toll. Äh, warte mal kurz. Äh, weg damit. Okay. Also, eine Gruppe von Nomaden. Und ihr wandert. Oft. Und genau aus diesem Grund bleibt ihr über drei Jahre an einem Ort. Warte, was? Okay, egal. Ich meine ja nur... Ich versuche nur, etwas die Handlung zu verstehen. Seid ihr nicht in Gefahr? Wenn ihr nach Kirkwall geht, seid ihr eine Abtrünnige in einer Stadt voller Templer. Ich weiß. Aber wenn ich nicht nach Kirkwall gehe, bin ich allein. Eine einsame Elfin ist leichte Beute für jeden. In der Stadt kann ich in der Menge untertauchen. Das ergibt nicht wirklich Sinn, aber egal. Danke für die Hilfe. Ich bin froh, dass ihr vorhin eingegriffen habt. Oh, es war mir ein Vergnügen. Ich war nicht sicher, ob ich eine Hilfe bin. Ich habe zwar ein wenig Kampferfahrung, aber dabei war ich stets allein. Ich versuche, niemanden zu treffen. Auf unserer Seite, meine ich. Ich plappere schon wieder. Gehen wir. Naja, draußen bist du ganz niedlich. So. Äh, okay, weiter geht's. Mit noch mehr Skeletten, wenn ich mich recht entsinne. Ah, genau. Oh, Gott, wird Zeit, dass ich eine zweite Fähigkeit lerne. Ah, Schnetzel. So gerne, ich schnetzle. Und weg. Ich habe das Gefühl, als gelte hier ein anderes Gesetz. Jemand anders bestimmt die Regeln. Das war irgendwie ziemlich unnötig. Egal. Ist hier noch irgendwas? Oh. Da ist ein Dude. Hi, Dude. Hüterin. Hat die Hüterin also endlich jemanden gefunden, der dich von hier wegbringt? Ja. Dann erfüllt rasch eure Aufgabe, Mensch. Wir können die da nicht schnell genug loswerden. Hm. Ich wittere eine Geschichte. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Und ich werde unseren Clan retten. Wieder alle vorbehalten. Nun, hübscher Berg. Der Sunderhügel wirkt heute besonders gebirgig. Findet ihr nicht? So viele Felsen und Hänge. Es tut mir leid. Ich wollte nicht. Gehen wir. Wir sollten uns beeilen. Äh, ja. Ein Sack. Ja, das kenne ich. Ich habe auch einen Sack. Äh, äh, äh. Oh. Nee, nee, nee. Okay. Gebt mal alle von dieser blöden Elfenwurzel weg, damit ich sie aufstammeln kann. Danke. Das ist sehr nett von euch. Auf zum Sunderhügel. Ja, ach, sorry. Es tut mir leid. Ihr bekommt nicht gerade die besten Seiten der Delish zu sehen. Keine Angst. Die Menschen sind noch größere Arschlöcher. Wir sind gute Leute, die aufeinander achten. Nur heute anscheinend nicht. Seid ihr in Ordnung? Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Danke der Nachfrage. Alles in Ordnung. Selbst wenn mein Volk mein Streben nicht zu schätzen weiß, muss ich es doch zu Ende bringen. Gehen wir. Asha Bellana ist nicht gerade für ihre Geduld bekannt. Ja, eher für ihre Frisur. Huuu. Mann, heute bin ich gut. Ahem. Das Problem mit Meryl ist, dass wir erst ziemlich spät mit ihr zur Sache kommen. Aber die andere ist eine größere. Mir liegt das Wort Schlampe auf der Zunge, aber naja. Ja, das trifft es dann ungefähr. Okay, was sollen wir denn hier? Ah, okay. Eine Höhle. Und... Spinnen! Ich mag ja spinnen. Das ist immer toll, wenn ich in einem Rollenspiel spinnen bekämpfen kann. Noch mehr spinnen! Oh ja! Okay. Hier ist Schutt. Das ist nämlich... Ja, Codex-Eintrag. Interessiert mich nicht. Danke. Und... 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 Ah, eine Handwerkszutat. Sollte ich mich ja... Oh, könnte es sein. Eine Kiste, ja, die nämlich. Und noch mehr Spinnen! Yay! Spinnen! Ah, ja. Okay, das ist echt lästig. Was ist denn mit Warwick? Wieso stirbt Warwick gleich? Mach mal was hier. Ah, danke. Wir haben ein Level Up. Gib mir mein Level Up. Was haben wir denn hier? Ich werde... Du musst auch ein bisschen auf Geschicklichkeit gehen, aber größtens auf Gluka zu sagen. Was nehmen wir denn? Ich werde selten Täuschung benutzen, deswegen... Ich würde mich mal hier spezialisieren. Zerfleischen. Ist schön, aber... Explosiver Treffer ist besser. So. Danke. Wir sollten hier nicht miteinander regnen. Wieso nicht? Was stört dich? Sind das die Spinnen? Die Spinnen? Ja, und hier sieht man... Also in anderen Höhlen ist es genau der gleiche Lageplan. Nur dass halt was weiß ich, diese Tür hier nicht zu ist und man weitergehen kann. Und... Sie haben ja nicht mal die Karte geändert. Das heißt, wenn ihr auf die Karte seht, dann glaubt man, man könnte hier weitergehen, aber man kann eigentlich nicht weitergehen. Oder was? Ja, es ist... Es ist einfach nicht gut. So sollte man Dinge nicht machen. Und diese Amulette... Oh Gott, das wird jetzt lustig. Es ist eine wunderbare Amulette-Geschichte, die so selten dämlich ist. Okay, hier haben wir eine Barriere. Ich kann den Weg für uns öffnen. Moment. Moment. Ich habe eine Verschiebung des Schleiers gespürt. Ihr habt etwas herberufen. Seid ihr von Sinnen? Ja, es war Blutmagie, aber ich weiß, was ich tue. Der Geist hat uns geholfen, oder etwa nicht? Er hat uns geholfen. Die Barriere ist mit Sicherheit...